Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben. Meiner Meinung nach stellt der Schlüssel zu ihm eine persönliche Beziehung dar. Und besonders durch diese innige und ganz individuelle Bindung und das kontinuierliche und dauerhafte Gebet aus dem Herzen wirkt er meiner Ansicht nach Wunder. Und er verändert das gesamte Wesen des Menschen und schenkt ihm Frieden, Freude und inneren Wahn, Reichtum und Liebe.